Herzlich willkommen zum Programmierteil hier im Rahmen der Vorlesung Verteilte Systeme an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Wir programmieren jetzt den Web-Service mit Spring Boot, genau den REST Web-Service, den wir bisher mit JAX-RS und Jersey als Beispielimplementierung umgesetzt haben. Dazu gehen wir zunächst auf den Spring Initializer, um uns das Projekt generieren zu lassen, start.spring.io. Das haben Sie auf der Vorlesungsfolie schon gesehen und wählen jetzt hier die passenden Einstellungen. Ein Maven-Projekt möchten wir, Java als Sprache, die stabile Version von Spring Boot die letzte und ein War-Archiv als Ziel mit Java 17 als stabile Langzeitversion von Java und als einzige Dependency nehmen wir diese Jersey-Dependency hinzu, denn dann haben wir ein Maximal mit unserer JAX-RS-Implementierung, die ja auf Jersey-Berute vergleichbares Beispiel im Namen hier. Da tragen Sie als Gruppe den gesamten Package-Pfad ein außer dem letzten Abschnitt und der letzte Abschnitt kommt dann in Artifact. Sie können eine aussagekräftige Beschreibung vergeben und wenn Sie dann Generate klicken, dann erzeugt er Ihnen eine ZIP-Datei, die Sie herunterladen. Diese ZIP-Datei packen Sie dann aus. Ich habe es einfach im Download-Ordner ausgepackt und habe dann dort dieses Unterverzeihnis, was dann Service heißt. Und damit können wir im Eclipse starten. Im Eclipse importieren wir also jetzt das Projekt aus einem Verzeihnis. Wir können hier jetzt im Download-Verzeihnis unser Service-Verzeihnis wählen. Da hat er auch gleich das Maven-Projekt erkannt. Jetzt brauchen wir unsere fachlichen Entitäten, die wir hier importieren. Das können wir per Drag & Drop machen. Ich ziehe es jetzt einfach aus dem Servlet-Projekt, seitdem wir diese Entitäten haben, hier rüber. Dann muss ich Steuerung drücken, damit er wirklich kopiert. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, ganz kurz, weil Sie das vorige Projekt jetzt gerade nicht zur Hand haben. Wir haben einen ganz einfachen Autor, der nur einen Vornamen und Nachnamen hat und seine ID automatisch generiert. Deswegen hat er hier diesen statischen ID-Zähler. Der Autor hat ganz normale Getter und Setter. Das ist ein Weg, wie man es umsetzen kann. Die Node, da ist ein etwas anderer Weg gewählt. Auch sie generiert ihre ID selber, das ist gleich. Aber sie hat dann nur den Getter für die ID, weil man den braucht und eine Update-Methode, die die einzelnen Komponenten entgegennimmt und die ID wieder zurückliefert, sowie ein ToString. Die Nodes. Das ist im Grunde eine Manager-Klasse. Man hätte sie auch Node-Manager nennen können. Die verwaltet diese Map aus Nodes, die wir insgesamt verwalten wollen. Und hier haben wir der Einfachheit halber genau die Operationsnamen, die im Datenbankbereich üblich sind. Create, Read, Update und Delete. Und dazwischen haben wir noch ein Read-All, was uns alle Werte zurückgeben kann. Die Node selber, sehen Sie, hat einen Titel, einen Content und eben diesen Autor mit First und Last Name. Und das sind dann die Werte, die man auch hier angeben muss. Aufgabe also jetzt, wir schreiben einen Web-Service mit Spring Boot und dieser Web-Service soll diese Methoden hier aufrufen, wenn von außen die entsprechenden Requests reinkommen. Also gehen wir jetzt in unser Service-Paket und legen dort eine neue Service-Klasse an. Diese Klasse nennt man in REST üblicherweise Controller. Das heißt, wir nennen das Ganze jetzt hier Nodes-Controller. Und die erbt einfach von Object, denn sie wird ja von Spring Boot sowieso angezogen. Die Konfiguration erfolgt ja über Annotations. Jetzt, welche Annotationen brauchen wir. Die mächtigste Annotation, die wir schon mal brauchen, ist ADD REST Controller. Die ermöglicht dann auch, dass Inhalte direkt zurückgemerkt werden in Antworten und so weiter. Und jetzt brauchen wir hier als nächstes noch den Pfad, auf dem wir lauschen wollen. Dieser Pfad, den bestimmen wir hier über diese mächtigere Annotation Request Mapping. Und mappen das hier auf Nodes. Das importieren wir. Wir importieren auch den REST Controller. Und können hier fortfahren. Sie werden nachher sehen, dass ein wesentlicher Teil unserer Lines hier für Imports draufgeht. Dieser Controller hier, der muss jetzt ein Private Member haben, nämlich diese Nodes. Die müssen wir importieren aus unserem Entity Package. Und jetzt können wir mit den Methoden beginnen. Und die erste Methode, die wir typischerweise implementieren, war ja POST, um überhaupt Sachen einfügen zu können. Das heißt, jetzt brauchen wir ein Request Mapping mit type POST. Und die Abkürzung dafür ist einfach ein POST Mapping. Und dieses POST Mapping, das soll hier JSON verarbeiten können. Das brauchen wir aber, wenn wir es so machen, wie wir es bisher gemacht haben, rein mit Parametern, bräuchten wir es nicht. Wir stellen es jetzt hier mal ein, damit wir konsistent sind und damit Sie auch hier den Media Type schon wieder sehen. Der ist in Spring Boot etwas anders gelagert als bisher. Sie brauchen nämlich, weil es echte Media Type sind, brauchen Sie hier den Value, sonst kommt kein String heraus. Das kann er jetzt wahrscheinlich erst importieren, wenn wir unter die Annotation weiterschreiben, weil wir hier einen Error haben. Wir können auch gleich sagen, unser Standard Response Status, der ist HTTP Status OK. Wäre normalerweise, wir sind ja bei Created, wenn wir eine Erzeugung haben. Das Interessante ist, wenn Sie nichts schreiben, ist der Standard Status normalerweise OK. Ich schreibe es trotzdem immerhin, einfach um sicher zu sein. Und diese Methode, die kann jetzt, weil wir das Ganze oben Rest Controller annotiert haben, gleich eine Node zurückgeben, wenn sie möchte. Und wir können es dann Add Node nennen oder Create Node, wenn wir dabei sind. die Methode ist ja annotiert, das heißt, wir dürfen hier frei auswählen und Create Node wird jetzt diese Parameter entgegennehmen und dafür haben wir unseren Titel und wir brauchen dasselbe jetzt nochmal für die anderen drei Attribute, also für unseren Content. Und ich breche hier mal um, damit Sie es besser lesen können. Und also hier diese fiebieter. wir könnten übrigens das ganze auch im body schicken dann hätten wir ein ad request body und könnten dort direkt eine note angeben das gestatten momentan unsere entitäten aber nicht weil wir keine getter und setter in der note definiert haben das ist einfach eine design entscheidung soll jetzt brauchen wir noch einige imports post mapping passen sie auf bei den imports dass sie die passenden wählen wir haben hier nicht beim media type schon den fall wir müssen den spring framework media type importieren und nicht den anderen da mussten sie bei jacks rs auch schon aufpassen achten sie also auf die spring framework import und sie sehen dass wir eigentlich nur unsere fachlichen entitäten hier importieren und ansonsten ausschließlich dinge aus dem spring framework dann sind wir auch konsistent und diese methode muss eine note zurückgeben das erledigen wir gleich wir müssen jetzt hier eigentlich nicht mehr machen als eine notiz hinzufügen das machen wir über m notes create note und reichen jetzt hier diese dinge einfach durch da passt auch die vervollständigung übrigens wenn sie den parameter hier gleich nennen also klein title dann können sie hier den string sparen dann löst spring boot das auch unter der haube auf ich trage sie extra ein damit das mapping auf jeden fall passt dieses create note liefert uns momentan nur die id zurück das heißt wenn wir jetzt hier eine note wollen dann gehen wir einfach her und lesen die noch aus denn re note braucht ja eine id und wir geben auf die andere weise die ganze notiz zurück die wir gerade erzeugt haben das ist jetzt erstmal der happy part sie werden aber sehen dass wir damit mehr weit kommen wir werden uns ja nachher noch mit exception handling beschäftigen als nächstes möchten wir jetzt die notiz auch wieder auslesen können und sie ahnen es schon wenn es ein post mapping gibt dann gibt es als abkürzung für ein request mapping mit type get auch ein get mapping dieses get mapping das wäre jetzt erstmal ein get all dann können wir hier einfach sagen produces gleich und können hier den media type von hier oben einfach kopieren können ihn natürlich auch noch mal eintippen kopieren den hier runter das ist unser get mapping das produziert erstmal alle und hier normalerweise wie gesagt ist der response status schon gesetzt ich finde es schöner wenn man der konsistenz halber den überall setzt kostet eine zeile aber wie gesagt eine die man auch leicht versteht so das heißt wir haben jetzt hier eine public und das war eine collection die nennen wir read notes die braucht keine parameter und auch keinen pfad und die kann jetzt einfach dies read all zurückgeben zumindest auf dem happy path read all gibt uns genau diese collection und wir müssen die collection noch importieren das ist java standard war das heißt da haben wir auch kein problem und auch nichts eigenes von spring boot importieren wir das get mapping noch jetzt haben wir schon ein get all und ein create das heißt wir können schon notizen einfügen und können die auch wieder auslesen wir testen das ganze mit unserem post man bevor wir das tun können müssen wir aber die applikation starten und da müssen sie jetzt aufpassen anders als in früheren beispiel videos sie nehmen die application hier und wählen hier ein ein debug as java application dann nimmt er den spring boot integrierten tomcat und nicht den wir als server haben hat leider einige komfort nachteile ich habe eine weile gesucht in eclipse oder tomcat 10 scheint es momentan nicht möglich zu sein diese applikation zu deployen wenn sie richtig sind dann sehen sie die ausgabe die sie jetzt hier sehen nämlich diesen diese spring ascii art am anfang wenn sie es versuchen auf den server auszuspielen dann kommt die nicht jetzt sehen sie das hier der vom kein web server schon hochgefahren ist unser erster test führt uns hier also in den post man im post man müssen jetzt aufpassen weil wir die applikation ja direkt starten mit dem dritten tomcat und nicht über eclipse taucht hier jetzt nur noch dieser pfad auf den wir gerade beim rest controller als lassen pfad angegeben haben plus eventuell weitere die wir in den methoden angegeben haben das ist bei post und bei get all ja noch nicht der fall das heißt wir können jetzt das erste post request abschicken mit diesen parametern achten sie noch darauf dass im header der content type gesetzt spring boot ist da pingelig und wird ihnen einen falschen content type ich glaube das ist 416 als fehler melden wenn der nicht passt jetzt können wir es also abschicken und dann bekommen wir hier unten unsere note interessant noch warum steht hier nur die id obwohl wir ja eigentlich erwarten dass wir in jason alle attribute sehen spring boot hat uns jetzt auf dieses return note was wir im eclipse ja hatten automatisch die jason repräsentation generiert weil jason der standard typ ist spring boot macht ja convention over configuration also wenn sie nichts konfigurieren wird er den standard typ verwenden jason passt hier schon das ist für uns sehr schön und wir müssen gar nichts tun wir geben die note zurück und spring boot packt die in die nachricht ein beim einpacken kann spring boot aber nur auf member zugreifen die entweder direkt greifbar sind oder für dies getter oder setter gibt wir haben in der note aber bisher nur einen getter oder setter für die id deswegen kommt er hier nur an die id der note dran wenn sie hier alle attribute öffentlich zugänglich machen dann sehen sie auch alle oder wenn sie getter und setter spendieren so dann können wir die zweite notiz abschicken wie gesagt auf den pfad achten und auf den header content type achten wir bekommen auch die notiz mit id 2 wir bekommen jetzt hier auch die notiz mit id 3 und wenn wir jetzt das get all machen dann sehen wir auch dass alle notizen da sind gehen wir also wieder zurück ins eclipse und ergänzen unsere implementierung stoppen achten sie auch immer darauf dass gespeichert ist so jetzt können wir dann einzelne noch getten das ist jetzt kein geheimnis ist wieder ein get mapping sein und hier brauchen wir jetzt als part diesen value damit wir gleich id hinein nehmen können also path heißt es neuer früher konnte man value schreiben oder gar nichts inzwischen heißt es path ist finde ich auch selbsterklärende als value sie schreiben die den variablen anteil wieder in geschweifte klammern das müsste ihnen von jackser ist bekannt vorkommen und wir ergänzen mit komma jetzt auch hier dieses reduces wieder jetzt brauchen wir noch den response status der wird hier bei get im standard fall wieder ok sein um die fehlerfälle kümmern wir uns später eine public note und jetzt müssen wir mit add path variable unsere variable aus dem fahrt entnehmen und die variable hat hier den namen id sie können also auch mehrere variable fahrt bestandteile haben da können sie sogar mit regulären ausdrücken arbeiten wenn sie interessiert es spring boot wird die auch gleich passend auspacken wir können also gleich einen int nehmen und 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 dann diese notiz auslesen also passt hier unser happy power auch schon das einzige was wir jetzt noch tun könnten ist dass wir uns die merken da können wir wieder mit alt shift l eine lokale variable heraus ziehen die wir fahrt nennen denn wir sollten nachher noch prüfen wie ist es wenn null ist und das können wir gleich einfügen werfen wir einfach eine null pointer exception um die können wir uns nachher im exception handling kümmern dann haben wir jetzt auch das get für einen ich denke mal das müssen wir nicht extra nochmal testen wir wissen dass es funktioniert es sieht analog aus zu dem oberen nur dass wir hier read statt read all machen wenn wir also eine funktionierende id angeben wird es funktionieren dann können wir auch uns dem delete zuwenden das heißt wir brauchen jetzt hier ein add delete mapping und das delete mapping verwendet auch den fahrt mit der id allerdings produziert ist nichts weil ja die entität gelöscht wird und sie wissen auch bei die lids setzen wir typischerweise no content die lied liefert uns dann eine boolean zurück also hat es funktioniert oder nicht und wir brauchen wieder diese path variable id das können wir von hier oben übernehmen und wir machen im grunde genau das hier nur dass wir jetzt wenn wir eine notiz finden hier an das m notes weitergeben und delete note aufrufen müssen das delete mapping noch importieren STRG 1 ist da unser hotkey und jetzt können wir schon alles außer den updates das bietet vielleicht noch mal gelegenheit für einen test denken sie daran dass hier laufen zu lassen run as java application und ganz wichtig davor wirklich auch zu speichern spring boot schafft nämlich manchmal auch laufen zu lassen ohne beschwerde obwohl sie nicht gespeichert haben und dann sehen sie nur einen teil so den post man jetzt müssen wir natürlich erst wieder die posts ausführen damit wir überhaupt content haben auch unterschiedlichen content holen wir uns die mal ab holen uns jetzt mal eine note nummer 3 ab die gibt es ja dann sehen wir auch dass hier die 3 zurückkommt und jetzt können wir auch mal eine deleten wir deleten also mal die 2 wir wollten eigentlich die 2 deleten jetzt habe ich das get geändert also den lieben wir die 2 so kein resultat sie sehen hier no content also es war erfolgreich gilt ja als grüner code wenn wir jetzt das get all nochmal machen dann sehen wir dass wir hier die 1 und die 3 nur noch haben es funktioniert also hier den wieder stoppen und gehen noch zum zum boot mapping für unser update und der braucht auch einen path id und der wenn wir den request body benutzen würden dann bräuchten wir auch des consumes so brauchen wir es eigentlich nicht wenn wir wieder alles in die parameter hineinpacken wir schreiben es jetzt hier mal rein es schadet nicht und dann müssen sie nachher nichts ändern falls sie eine ganze note in den body hineinpacken wollen den response status den können wir übrigens auch kopieren bei boot ist es ja standardmäßig das ok und das heißt wir bekommen jetzt hier eine public note wir geben also die abgedatete notiz wieder zurück update note und die bekommt jetzt dieselben parameter wie hier oben das einzige was wir hinzufügen müssen ist dann die id die wir nämlich hier unten ja auch noch brauchen wir übernehmen also diese vier string parameter und packen hier vor noch die path variable so boot mapping müssen wir auch noch importieren und und die methode braucht jetzt die abgedeckte notiz das heißt wir brauchen jetzt wieder ein read note und müssen die binden es ist exakt gleich zu oben wenn wir sie nicht finden dann werfen wir diese null pointer exception ansonsten haben wir jetzt hier eine vnode.update da können wir unser update durchführen mit den entsprechenden werten wenn wir jetzt hier ein update hätten mit einer ganzen notiz als parameter dann könnten wir ja auch einfacher auf den body umstellen wir geben das ergebnis zurück und update liefert hier ein int das kriegen wir aber schnell gelöst indem wir wieder weil nämlich nur die id zurückkommt dann lesen wir eben die ganze notiz nochmal aus so und sie sehen wir sind gerade bei 68 zeilen und haben unseren ganzen happy path zusammen auch das können wir jetzt nochmal kurz testen wir müssen also wieder die application hier laufen lassen die borg as java application und testen das kurz durch hier die notiz 2 wir löschen die notiz 2 wir holen uns alle sehen dass nur noch eins und drei da ist und können wir jetzt hier im fall klicken dass wir 2 holen wollen und da sehen sie es kommt hier ein internes server error das werden wir jetzt noch abstellen wir werden ein vernünftiges exception handling einbauen holen wir vielleicht wir wir